ja okay jetzt machen wir start weg da okay ich mach start weg da was haben wir denn jetzt erreicht hier haben wir doch schon was haben wir jetzt aktiviert weil ich jetzt nicht nur dabei scheiße ablenkst das haben wir in meinem raum da sein dass es heute die ganzen dinger frei haben jetzt stürmst du willst auftauchen ich müsste jetzt eigentlich die ganzen ich gucke jetzt nach unten ist der tor nicht muss jetzt irgendwas passiert sein das dauern das ist so das ist so da haben wir schon dabei ist offen ok zweiter stock muss noch ein bisschen bewegen Und der war zu, der bleibt zu, muss die andere Seite laufen. Doch, da ist nichts, da ist die Tür, da waren wir auch schon, ja. Da, also warte auf, nichts, da war nur ein Schlüssel. Hast du den Ort Düdel-Dü gemacht, als wir die erste hier dachten? Nein, das ist nicht, ich habe das Düdel-Dü gemacht. Das ist doch nicht. Ich habe vorher aktiviert, vorher war an. Mein Gott, scheiß Türgeklopfe. Achso, ich bin schon runter. Schief lang. Du weißt es bestimmt, würdest nur nicht sagen. Ja, okay, ich gebe dem Tipp, geh nochmal in die Tür rein. Okay, sind ganz offen. Du kannst jetzt ganz runter. Mit den Stinken? Ja, ganz runter. Siehst du, du musst nur nochmal auf. Hör auf den Deathblank. Du hast nichts gesagt. Du hast nichts gesagt. Ich gebe dir gleich einen Keks. Ich wollte dich drüber. Ich gebe dir gleich einen Keks. Hammer. Ich kann den Hammer unter Wasser nicht nutzen. Natürlich. Hör auf den Deathblank. Hammer, Hammer. Hammer, Kopf. Dich draufstellen. Hammer, Kopf. Hammer, Kopf. Hammer, Tag. Grab, Hammer. Oh, jetzt habe ich auch kaputt. Es ist egal. Jame, müssen wir trotzdem alles kaputt machen, weil irgendwo ein scheiß Schalter ist. Nein. Warum höre ich Melodie? Weil oben wie ist. Ich muss immer das Ding aufmachen. Gut, dafür war ich jetzt mal ein Schlüssel. Der ist da. Hä? Wir kriegen ihn. Ja, toll. Muss ich irgendwo ein Schlüssel für sich unter Wien. Ja, der Kiste ist ein Schalter. Du hörst ihn ja auch nicht. Ja, aber unter Wiener Kiste ist ein Schalter. Ja, das muss der Kugel. Die Kist geht kaputt in Zeitlupe. Gar nicht geht die Kugel. Weil dein Kopf so ein bisschen nicht so hohl ist. Ach, das ist doch Käse. Link, ey. Ich Link. Es gibt nur eine Panzersteuerung. Panzersteuerung. Da geht es nicht weiter. Warum machst du nicht einfach die Kisten enden kaputt? Weil ich keinen Hammer habe da oben. Weil ich denke, dass der Schalter hier drunter ist. Da war ja halt da drunter. Da war einfach mal vorbei. Oh Mann, das ist doch scheiße. Da ist er doch. Du hast noch eine Idee. Du hast noch eine Idee. Viel Spaß. Oh nein. Es gibt so eine scheiße Kugel da. Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Wo ist die? Das zerstört. Du hast keine Macht. Ich kann nicht aktivieren den Schitz. Ja, der klittert auch hoch. So. Wo ist die Bombe? Ist die hier oben? Ne, hier oben ist nichts, ne? Doch, sieht die Liefel aus. Da ist nichts. Da oben ist noch eine Zielscheibe gewesen. Ich höre bloß nicht auf mich. Da ist nichts. Da ist das in Blasen, die du siehst. Du hast mich verklopft, ey. Jetzt warte mal. Oh. Ja, wo, warum? Da? Wir sagen nicht, hier ist noch ein Schalter drin. Doch, aber du hast sie nicht auf mich. Wo? Da, drunter. Da, genau. Ach, ey, ist das ätzend. Mach kaputt. Wie kriegt die kaputt? Die Reichweite reicht nicht. Scheiße, echt. Das reicht mir. Ich gucke mal, ob die Bomben gehen. Die werden nicht gehen. Er hat sich denn den Scheiß ausgedacht. Das gibt es doch nicht. Wir haben weg zu fluchen, ey. Alter, ich befluche die Shigeru. Keine Ahnung, ich sag für, du das nicht kannst. Ey, nee, verarsch mich doch nicht. Der ist gut verstanden. Ich muss den Lund. Was war das denn bitte? Ich hab gedacht, das ist ein Grappekuss. Versteckt der Schalter. Alter. Ich hätte also die Scheißkisten gar nicht kaputt machen müssen. Der Miyamoto guckt sich jetzt in den Arm und lacht sich halt. Ja, Miyamoto kackt, Digga. Hiii. Noch so ein Trott. Hihi. Wo machst du da jetzt? Schuhe ausziehen. Wenn ich sonst nicht hochkomme. Weil da oben die Truhe ist. Warum? Für den Schlüssel. Ja. Ist mir scheißegal, was für ein Schlüssel drin ist. Es ist kein Schlüssel drin. Es ist ein Schlüssel drin. Es ist kein Schlüssel drin. Es ist kein Schlüssel drin. Wo ist die Truhe? Wo ist sie bloß? Wo ist sie bloß? Wo ist sie bloß? Wo ist sie bloß? Jetzt ohne Witz, wo ist die Scheiß-Truhe? Wo ist sie bloß? Geh mal hin. Geh mal das Ding dran. Mehr? Ja. Die sind sich jetzt sofort auf. Mann, ey! Und es hat nichts gebracht. Warum ist da jetzt keine Kiste? Hier soll theoretisch nach Karte. Häng nicht da oben dran. Häng nicht da oben dran. Ah, mit den Eisenschliffeln. Schuhe an. Siehst du? Siehst du? Das kann doch nicht wahr sein. Scheiße. Ich was hier so scheiß-Tempel. Willst du was? Das macht. Ja, aber wie komme ich denn jetzt an den... Nee, da war keine zweite. Fuck. Ich drehe jetzt am Kabel. Wir kommen weiter. Ich bin nicht am Kabel, sondern ab. Oh, Mann. Warum habe ich den Feiertel? Bin ich gespügt. Den konnte ich. Ja, ist klar. Konntest du den Tempel? Ist klar. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich habe dir jetzt schon so oft aus der Patsche gehofft, dass du selber sagst. Sag mal was. Du musst auch mal leider was schaffen, mein Kleiner. Keine Meinung nach. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Komm, ich zeig dir das mal eben. Ich zeig dir das mal eben. So, und jetzt? Flöten? Es klappt nicht. Du kannst nicht flöten. Bitte. Ich helfe dir auch gerne. Das funktioniert doch nicht. Passiert nichts. Ich weiß. Ich will einfach nur mal flöten. Das will ich doch nicht. Jetzt, jetzt, jetzt. Nein, jetzt mal ohne Scheiß. Das kann doch nicht sein. Glaub mir. Warum ist hier keine Kiste? Ja, ich wollte dir halt nicht. Wärst du doch gerade so in der Stachel rausgekommen, ist da runtergeschwommen. Aber nein, der Herr will ja nicht auf mich hören und sie einen Schalter nicht aktivieren, um die Kiste zu aktivieren. Nein, der Herr meint, er müsste alles besser. Ich guck jetzt nach. Und wehe das, der Schalter. Ey, dann schmeiß ich mal drüber gegen die Ecke. Schuhe aus. Was ist der Wiener hier? Hallo Schalter, wo bist du? Wo bist du, Schalter? Und weißt du, was ich mir jetzt noch vorstellen könnte, wäre unter den zwei Kisten, die du noch unten liegen hast. Ja, aber da komme ich ja nicht so schlecht dran. Ja, wo ist das von hinten, kann ich ja ein bisschen in der Hand doch nicht. Das ist doch Mist. Das ergibt doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein, nicht? Hier muss doch noch irgendein Scheiß sein, den wir vergessen haben. Nein, das kann nicht sein. Ich verzweifle echt jetzt an diesem Scheiß hier. Mit Hilfe, sag einfach Bescheid, ich helfe dir natürlich gerne. Ja, das war für den Trick. Rätsel. Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht. Ich helfe doch wieder die Controller. Weil ich der König bin. So, jetzt erstmal die Scheiß-Stiefelchen hier rein. Anderen. Achso, das ist ja hier nicht so schön, dass wir schon drinnen. Speichern, ja. Oder nicht. So. Mein Gott, wie sollst du die Steuerung hier, ey? Ich weiß es nicht, wie sollst du die Steuerung hier spielen können? Ist doch nicht mein Spiel. Ja. Ich hab's ja hier oben in der Kiste. Aber komm mal in die Kiste nicht dran. Nein, so, 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 blöder Haken. Warum geht das nicht? Komm, jetzt mach mal hier und auch mal. Warum mach ich das eigentlich? Ich bin die ganze Zeit am Grübeln und ich... Keine Ahnung. Link. Link. He come to town. Come to save. The Princess Zelda. Got it, Poker away. Now the children don't play. But they will. When Link saves the day. Hallelujah.